Alex begleitet als neue Aufgabe in der sozialen Organisation einen Klienten, dessen Kompetenzen Alex noch schwer einschätzen kann. Alex fragt sich jetzt, wie man schnell mehr über den Klienten erfahren kann. Bei einer Fallbesprechung im Team empfiehlt eine Kollegin dazu, sogenanntes Profiling durchzuführen. Alex hat jetzt nur noch Fragezeichen im Kopf, da Alex noch nie etwas von Profiling gehört hat. Nach dem Teamtreffen geht Alex zu der Kollegin, die Profiling vorgeschlagen hat und bittet sie darum, mehr über Profiling zu erzählen. Profiling könnte ja die Lösung sein. Aber was ist Profiling überhaupt? Wir kennen den Begriff vielleicht aus dem Film- oder Serienkontext. Vor allem in Kriminalserien taucht der Job der ProfilerInnen immer wieder auf. Im Grunde tun wir im sozialen Bereich das Gleiche, wenn auch die Methoden bzw. Zielgruppen andere sind. Das Wort Profiling kommt aus dem Englischen und wird meist unübersetzt direkt in unseren Sprachgebrauch übernommen. Das bedeutet so viel wie die Erstellung eines Gesamtbilds einer Persönlichkeit. Speziell im beruflichen Kontext des sozialen Bereichs bedeutet das, dass wir damit versuchen, unser Gegenüber besser kennenzulernen. Im Zentrum stehen die perspektivischen Wünsche einer Person. Außerdem möchten wir so viel wie möglich über die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Grenzen sowie das Umfeld, aber auch die Historie und das Verhalten einer Person erfahren. Durch Profiling wird es möglich, den Status Quo der betreffenden Personen zu veranschaulichen und zur Grundlage für den weiteren Prozess zu nehmen. Diese Grundlage ist sehr wichtig, um passende Begleitungsangebote und Unterstützungsmaßnahmen zu bieten. Je ausführlicher das Profiling, desto aussagekräftiger das Gesamtbild. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass Profiling sehr unterschiedlich aussehen kann. Profiling hat also das Potenzial von einer Person, ein etwas deutlicheres Bild zu zeichnen, wenn zum Beispiel noch nicht viel über sie bekannt ist. Im Gespräch mit der Kollegin fragt sich Alex jetzt, wie man mehr über die Unterstützungsbedarfe des Klienten herausfinden kann, da Alex für ihn demnächst gerne ein passendes Praktikum finden würde. Profiling unterstützt dabei das Potenzial von Menschen, die auf Jobsuche sind, sichtbarer zu machen. Manche Menschen brauchen auf dem Weg zu ihrem Traumberuf Unterstützung aufgrund unterschiedlicher Barrieren. Profiling hilft uns dabei, dass die bewerbende Person sich seiner oder ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden kann. Durch die Ergebnisse des Profiling ist es möglich, Vorstellungen und Wünsche mit Realität und Umsetzbarkeit abzugleichen. Um das mit einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn bewerbende Person A gerne handwerklich tätig ist und auch deren Stärken in diese Richtung ausgeprägt sind, wird sie einen Job in Richtung Büroarbeit nicht lange erfüllen. Das könnte in Hinsicht der beruflichen Zukunft, wenn nicht beachtet, zur Frustration auf beiden Seiten führen. Wichtig ist es außerdem, gut über die intrinsische Motivation der bewerbenden Person Bescheid zu wissen. Eine hohe persönliche Motivation macht es möglich, eventuell noch fehlende Kompetenzen leichter zu erwerben. Profiling hilft Personen, denen der Unterstützung und im Jobcoaching tätig sind, dabei passende Ausbildungsrichtungen anbieten zu können. Damit kann der Zugang zum Arbeitsmarkt, vielleicht auch zum Traumberuf geebnet werden. Hier ist es wichtig, Faktoren wie die intellektuelle Eignung, mögliche Über- oder Unterforderungen, aber auch Charaktereigenschaften und Soft-Skills gut zu sehen. Für potenzielle Arbeitgebende und Ausbildungsstellen ist es wichtig, über Potenziale und Einschränkungen Bescheid zu wissen. Das hilft dabei zu klären, ob die Rahmenbedingungen passen oder zusätzlich Unterstützung benötigt wird. Ist es beispielsweise erforderlich, dass die bewerbende Person B in einer ruhigen Umgebung arbeitet, so wäre das Großraumbüro nicht das richtige Arbeitsumfeld. Und nicht zuletzt müssen die für die bewerbende Person relevanten Umgebungsbedingungen, wie die finanzielle Situation oder Mobilität, bei allen Entscheidungen in Betracht gezogen werden. Alex hat von einer Kollegin die für den Klienten passenden Profilings empfohlen bekommen. Nun erklärt Alex diesem Sinn und Zweck des Vorgehens und unterstützt ihn erklärend bei der Durchführung. Da Alex den Klienten noch nicht so gut kennt, werden mehrere Arten des Profilings eingesetzt, um eine möglichst passende Einschätzung erhalten zu können. Die neu gewonnenen Erkenntnisse bespricht Alex mit dem Klienten. Daraus sind nun passende Ideen für einen Praktikumsplatz entstanden. Die Kollegin von Alex empfiehlt zusätzlich, das Profiling nach einiger Zeit zu wiederholen oder bei Bedarf noch weiterführende Tests durch speziell geschultes Fachpersonal durchführen zu lassen. Alex fragt sich nun, warum das überhaupt notwendig sein sollte und welcher Umfang an Profiling überhaupt angemessen ist. Es gibt kein vorgeschriebenes Verfahren, wie Profiling im Allgemeinen ablaufen muss. Es gibt unterschiedliche Arten, wie es gestaltet, auf welche Weise und in welchem Umfang es durchgeführt werden kann. Die Bandbreite reicht von einfachen Fragebögen über standardisierte Verfahren bis hin zu komplexen Analysen. Manche Analysen erfordern für die Durchführung den Einsatz von Fachpersonal, wie beispielsweise psychologische Fachkräfte. Zu Beginn des Coaching-Prozesses kann Profiling ein wichtiges Instrument sein. Dadurch lassen sich zielführende und passgenaue Unterstützungsangebote von vornherein planen. Die Entwicklung eines Menschen ist ein dynamischer Prozess und Profiling eine Methode, die im Begleitungsprozess immer dann eingesetzt werden kann, wenn Veränderungen, Stärken und Schwächen oder auch neu erworbene Kompetenzen sichtbar gemacht oder dokumentiert werden sollen. Das Profiling kann also als fortlaufendes Instrument eingesetzt werden, um entweder nur die Entwicklung zu dokumentieren oder als Hilfsmittel für die weitere Planung. Wichtig ist, das Profiling sollte immer in einer ruhigen und geschützten Umgebung stattfinden und vorurteilsfrei ausgewertet werden. Auch wenn jedes Profiling immer nur eine Momentaufnahme ist und nie ein vollständiges Bild einer Person zeichnen kann, ist die Methode, das Profiling, ein wertvolles Tool im Alltag der sozialen Arbeit. Jetzt hat Alex ein klareres Bild davon, was Profiling ist und wie es in der sozialen Arbeit adäquat eingesetzt werden kann. Durch bereits eigene gemachte Erfahrungen hat Alex auch gemerkt, dass Profiling sehr hilfreich sein kann, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Für den Klienten konnte mithilfe des Profilings so ein passender Arbeitsplatz gefunden werden. Profiling ist also eine wertvolle Ressource der sozialen Arbeit. Das Ergebnis von Profiling ist also eine präzise und realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Entwicklungspotenziale einer Person. Ganz im Sinne einer individuellen Förderung.